Das Klavier hat eine kleine Schwester. Und die heißt Celesta. Wie schön, wenn leicht ein Lied erklingt aus der Vergangenheit. Wenn man es hört, wenn man es singt, vergisst man Raum und Zeit. Was war das kommt zu dir zurück, der erste Kuss voll Glück. Doch bald schon mit dem letzten Ton verweht die Illusion. Sag mal, Ulof, kannst du mit einer Orgel umgehen? Du weißt ja, dass ich an allen Registern ziehen kann. Ja. Pfeifen hast du ja auch hier und da zu tun, ne? Manchmal schon. Bei der hier nicht. Das ist eine elektronische hier. Hör dir das mal an, wie die klingt. Pass auf jetzt, du. Das ist eine elektronische Musik. Das ist eine elektronische Musik. Auf. Auf. An. Der Armstrong hat aber eine anstrengende Stimmlage gehabt. Was hast du eigentlich für eine Stimmlage? Ich komme so vom hohen G bis... Vom hohen G? Ja. Na, G. Ja, also sehr tief komme ich nicht herunter. Aber da musst du mir helfen. Mach ich, mach ich. So, gehen wir das mal hier. Im tiefen Kälter sitz ich hier bei einem Glas. Fass. Was, 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 bitte? Fass. Die Fass, eh, die, das. Ach so, Fass. Fass. Voll Riebern. Und wo ist das Glas jetzt oder das Fass? Wisst ihr was für... Na ja. Ja, Udo, entschuldigt. Das ist mir jetzt unangenehm. Wir haben zwei Österreicher und kein Heuriger da. Aber singen können wir doch wenigstens davon. Das machen wir. Sag mal, Udo, eine Quizfrage. Ja? Was gehört alles für dich, ich meine außer dem Wein, zu einem heurigen Besuch? Dalli, Dalli. Etwas, was ich so ganz fest in den Arm nehmen kann und drücken kann. Habe ich für dich. Hast du, was, du hast eine junge Wienerin mitgebracht? Nein, ein altes Mauerklavier. Komm her. Servus. Du, das habe ich seit meiner Schulzeit nicht mehr gespielt, du. Na, das wird schon gehen. Pass mal auf. Das Mikrofon ist nicht mehr hängt hier. So. Jetzt so. Gut. So. Was spielen wir denn? Na, was spielen wir? Ich würde sagen, vielleicht irgendwas vom Wein. Ich rieche an Wein. Ach, Alter. Ich rieche an griechischen Wein. Na, Udo, an heurigen. Also, noch einmal. Ach so. Ich rieche an griechischen Heurigen. Na! Das kommt ja nie zustand. Drum sing mal lieber mitternach. Ich weiß schon was. Also bitte, Herr Jürgen. Ss. Bitte, Herr Jürgen. Hei. Ach so, so früh. Hei kommen Engel nach Urlaub noch weh. Denn dort, wenn's taust und haust, wer da stoppt so gern. Hören dann die Schrammen und singen dazu. Udo, schau da mit Leid und beim Wein. Da will die griechischen keine Gnülle. Im Karampamm steppert Arm und Loch. Viel wird der Hand stehen in Wehrleute nach. Da Petrus im Himmel schaut runter. Da, 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 da. Wer da reit, wer da frei. Da liegt was drin. Komplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplpl Vielen Dank.